Ah, wieder eine geile Pflanze. Die müssen bestimmt hier oben rein, oder? Nee, da komm ich nicht rein. Hier rein? Hier? Ja. Hallihallo und herzliches Willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Maker. Ja, ich hatte jetzt auch Lust ein paar Level aus aller Welt zu spielen und... Ja, dann nehmen wir auch gleich mal Fireclone, Wreckling und Co. Und es hat eine Abschlussrate von 68%. Also müssen wir das doch mal schaffen. Auch, wenn wir schlecht sind. Rancid X21. Okay, Rancid X21. Oh, geil! Wie stört man das? Kann ich... Es kann... Es kann schießen! Alter, ist das cool! Waaap! Waaap! Kann ich mich hier durchschießen? Oh, ich kann jetzt wechseln. Okay. Tschüss Nr. 1. Hi Nr. 2. So kann ich das so oft wechseln. Bam! Nee, ich glaube es ist jetzt nicht wechseln. Wow! Das ist ein böses. Flieg, flieg! Alter! What? Ich hunde durch? Hey, wir haben ein Level geschafft! Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Stern von mir und fertig. Es war wirklich nice. Very good job. So, was gibt's noch? Was ist denn das? Amazing. Na, für mal das hier. Was ist denn das? Irgendwelche Schriftzeichen von einem Typ mit Schriftzeichen? Musst du überhaupt irgendwas machen? Ja. Ich muss rein. Was? Hier ist noch keiner vorher gestorben, abgesehen von mir. Speed, 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 speed. Alter, geil. Schon ein geils Level. Wenn wir jetzt die leichten Level schaffen, können wir uns wirklich dann mal wieder an die normalen Level heranwagen. Aber erstmal muss ich erstmal in die ganze Szene reinkommen und zocke jetzt erstmal die leichten. Nicht so wie beim letzten Part, wo ich halt nur gefailt habe und so. Soooo, Schriftzeichen-Typie. Da hast du mir einen Stern bekommen. Oh, 95 Sterne. Super Mario Bros. 3. Music Level. Okay. Von Jonas. Piep. sensationernal schnellceks. Dude. Oh mein Gott das ist cool! War's das schon? Also, cool! Kennt ihr den Soundtrack? Na, wer kennt ihn? Wer kennt ihn? Hier komm ich nicht rein. Wat? Wieso? Was? Ich muss irgendwie Leben verlieren. Irgendwie. Powerblock? Was? Jetzt Powerblock. Triff den Powerblock. Wie denn? Muss ich das jetzt draufdrücken auf dem Gamepad oder wie? Hm, wir sind trotzdem groß. Wir passen da einfach nicht durch. Okay, das find ich grad nicht cool. Hm, Neustart. Wir hören mal, ob wir irgendwie das wieder klein werden können. Ne, die kann man auch nicht antippen. Vor allem, wieso passe ich da durch und da drüben nicht? Das ist total dumm irgendwie. Gibt's da irgendwas, wie ich klein werde? Nein. Alter. Hab ich da gemacht? Gibt's da nichts. Keine Ahnung, wie ich durchkommen soll. Hm. Man weiß es nicht, wie ich hätte da durchkommen sollen. Wenn das einer von euch weiß, dann... Schreibt es mir. Mario First Task. Marios erste Aufgabe. Okay. Von Matthew. Was ist denn hier? So, um have you. Dann zeigen, was du hier gemacht hast. Alter, ich komm' da raus! Plup! Passe ich hier rein? Nix! Tütütütüt! Oh Gott! Tütütütüt! Nee 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 nee! Tütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütüt Okay, ich dachte, jetzt kommen noch irgendwelche Gegner oder so. Aber okay. War auch ein nice Level. Du geiler. Gut. So. Beenden. Was gibt's denn noch so für coole Level? Es gibt, es gibt, es gibt. Noch eins, so ein einfaches Level und dann kommt mal ein schwierigeres. Und dann mal sehen, ob wir das schaffen. Also auf normal nochmal ein paar Level zu zocken. Schriftzeichen-Typ von Schriftzeichen-Typ von Schriftzeichen-Level. Oh, ihr müsst doch gar nichts machen. Oder? Doch. Na hä? Ah, gar nichts drücken am besten wahrscheinlich. Ah, okay. Nice. Einfach so bis darf hier in dem Level. Das ist übelst krass. Ach, das war's schon? Okay. Cool. So, da wir das Level auch geschafft haben, heißt es wiederum ändern auf normal. Wow, wir das schaffen. Normal. Okay. Okay. Airship. Pipe. Junction B. Okay. Junction. Junction. Von ziehen. Okay. Was ist denn, was das für ein Level ist? Ah, mein Pilz, mein Pilz, mein Pilz, mein Pilz. Ah, puh. Noch ein Pilz. So, hier kann ich also nicht durch. Okay. Wieso komm ich hier hoch? Nee. Da herrscht doch schon den Wandsprung. Nee. Ah, hier muss ich rein. Okay. Du, 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 du. Da üls geil mit den Röhren und so. Wow. Äh, äh. Da rein? Nein. Nein. Ah, okay. Ich muss hier hoch. Ich muss hier hoch. Es geht da geiles ab. Wird es richtig sein mit dem Level? Man weiß es nicht. Oh. Oh. Tür. Wir können trotzdem schießen, wenn wir im Schuh sind. Ist ja nice. Das gefällt mir. Das ist cool. Nächste Tür. Noch eine Tür. Wie viele Türen gibt es denn hier? Oh Gott. Oh Gott. Hammer Rose. Na, mein Schuh ist weg. Nein. Ach, Mann. Wow. Ich habe keine Ahnung, wenn du rauskommst. Oh, hart. Aufpassen. Aufpassen. Geschafft. Rein da. Bäh. Oh, nochmal eine Pflanze. Okay. Ah, wieder eine geile Pflanze. Wir müssen bestimmt hier oben rein, oder? Nee, da komme ich nicht rein. Hier rein? Hier? Ja. Ziemlich verwirrend, das Ganze. Aber müssen wir uns wahrscheinlich da unten durcharbeiten. Verdammt. Oh Gott. Oh Gott. Ein Pilz. Und auch voll. Oh Gott. Ist das nur Warten? Uuuuh! Du was cooles raus! Oh, ein Knopf! Ein Knopf? Ein Knopf? Für was ist der Knopf? Wie nehm ich den mit? Ach so nehm ich den mit, okay. Ja, glaub ich. Juhu! Ja! Nice! Hab ich's geschafft? Uuuui! Nice! Das war ein cooles Level und das ich auch mal geschafft hab. Juhu! Hat dir echt gut gefallen, muss ich schon mal zugeben. War schon ein cutes Level, du geiler Dude. Dafür ist jetzt auch ein Stern von mir gekommen. Rekord zu Ende Minute 40? Wie lange hab ich denn gebraucht? Ach ja, 3 Minuten 27, okay. Was? Ich will nicht kommentieren. Ich will beenden. So, dann beende ich jetzt hier mal den Part. Ich danke fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es mit Super Mario Maker weitergeht. Bis dann! Adieu! Tschüss. Töööö! Zettel